Ja, guten Abend meine Damen und Herren, mein Name ist Heinrich Röder, Vorstand der Freiburger Diskurse. Ich verschwinde jetzt nochmal für zwei, drei Minuten und gleich geht es dann richtig los. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ganz recht herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Heinrich Röder, Vorstand der Freiburger Diskurse. Im Hintergrund ist mein Vorstandskollege, der Markus Friern, ohne das Ganze hier nicht funktionieren würde. Machen wir mal die nächste Folie. Die meisten von Ihnen, ich sehe das ja, wir haben viele, viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die immer wieder dabei sind, kennen das schon, aber auch neue dabei. Unseren Verein gibt es seit 2018. Die heutige Veranstaltungen ist unsere 31. Fast alle unsere Veranstaltungen sind aufgezeichnet und auf unserem YouTube-Kanal verfügbar. Also wer sich es nochmal angucken will oder auch Freunden, Freundinnen empfehlen will, kann das auf YouTube dann finden und weiterleiten. Unser Leitbild ist die demokratiekonforme Marktwirtschaft als Gegenentwurf zur marktkonformen Demokratie. Also die Demokratie soll die Oberhand haben und nicht der Markt. Das ist unser Leitbild. Ja und wie immer unsere Bitte. Wir leben zwar nicht hauptberuflich davon, aber wir haben natürlich viele Kosten im Zusammenhang mit diesen Webinaren. Deswegen würden wir uns doch über eine Spende freuen. Sie finden auf unserer Webseite sowohl das Spendenkonto bei der Volksbank Freiburg wie auch ein Paypal-Konto. Also wir freuen uns über einen großen, dicken Geldfluss. Ja. Das Motto, das Thema heute ist der Krieg und das Geld. Was bedeutet der Ukraine-Krieg für die Ökonomien Russlands und der Ukraine? Ich denke, wir haben viele Teilnehmer, die wissen, dass wir schon zwei Veranstaltungen über den Krieg, seine Ursachen und wie man ihn beenden kann, hatten. Wir hatten im Mai oder Juni war es eine Veranstaltung zu inneren Verhältnissen der Ukraine. Ist da alles so in Butter gewesen, bevor es zu dem Krieg gab? Welche internen Spannungen gab es da? Heute widmen wir uns den ökonomischen Fragen. Erinnern sich viele daran, dass der Westen geglaubt hat, Russland durch die Sanktionen in die Knie zwingen zu können. Schauen wir mal, was daraus geworden ist. Das ist ein Vortrag und nachher können Sie ihm auch Fragen stellen mit Vassily Astroff vom Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. Hier ist er. Er ist Wirtschaftswissenschaftler am Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche und Länderexperte für Russland und andere Russländer. Seine Forschungsschwerpunkte sind makroökonomische Analysen und Energiefragen. Er ist außerdem Herausgeber des WIIW-Monatsberichts. In seiner jüngsten Forschung hat er die wirtschaftlichen Auswirkungen der globalen Krise und Fragen der europäischen Energiesicherheit analysiert. Das ist die kleine Gliederung, die wir haben. Das ist die Einführung, die gerade läuft. Dann kommt der Vortrag von Herrn Astroff. Dann können Sie uns Fragen stellen. Wir machen das wieder über Slido. Ich verrate Ihnen am Ende des Vortrags von Herrn Astroff, wie Sie auf Slido kommen. Es macht keinen Sinn, dass ich Ihnen das schon vorher verrate. Sonst werden Herrn Astroff viele Fragen gestellt, die vielleicht durch seinen Vortrag dann beantwortet werden. Und zum Schluss werde ich Ihnen dann noch Tschüss sagen. So, das war's. Jetzt würde ich doch Herrn Astroff bitten, dazu zu kommen. Ja, der hat wunderbar geklappt. Guten Abend, Herr Astroff. Guten Tag, guten Abend. Ja, guten Abend. Also, ich verschwinde jetzt. Sie müssen, oder ich warte noch, bis Ihre Folien eingeblendet sind. Dann sind Sie Herr des Geschehens und ich verschwinde und bin nur noch im Hintergrund vorhanden. Genau, wunderbar. Also, dann viel Spaß mit Herrn Astroff und Ihnen auch viel Spaß, Herr Astroff. Danke, danke schön. So, jetzt muss man das, genau das tun. So. So, guten Abend. Sehen Sie meine Folien? Ja, also, wie Heinrich gerade angekündigt hat, werde ich über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges sprechen, beziehungsweise über die wirtschaftliche Situation in Russland und in der Ukraine. Also, ich werde, ich werde zuerst über Russland reden, und zwar, so. Aha, jetzt geht's. Ja, entschuldige. So, zunächst werde ich über Russland reden, und zwar werde ich die folgenden Fragen beleuchten. Also, ich werde einen Überblick über die westlichen Sanktionen geben, die gegen Russland eingeführt wurden, nachdem Russland in die Ukraine im Februar 2022 einmarschiert ist. Dann auf die Frage eingehen, haben die Sanktionen gewirkt, wo befindet sich momentan die russische Wirtschaft, und vor allem, warum wächst sie jetzt wieder, trotz der umfangreichen Sanktionen, die eingeführt wurden. Dann werde ich auf die Frage eingehen, wie schaut es so geopolitisch aus, beziehungsweise wie schaut es aus vom Standpunkt der wirtschaftlichen Verflechtungen. Ja, es geht natürlich jetzt um eine Abkoppelung Russlands von Europa, um eine Umorientierung nach Asien, und schließlich werde ich darüber erzählen, wie schaut es aus mit dem Rückzug der westlichen Firmen aus Russland. Weil Sie wissen ja wahrscheinlich, am Anfang, als der Krieg ausgebrochen ist, und ganz viele Sanktionen vom Westen verhängt wurden, dann haben auch viele westliche Firmen gesagt, also wir werden aus Russland, wir werden Russland verlassen, wir können keine Geschäfte mit einem Aggressorland machen, also wie schaut es jetzt aus, kann man bereits eine Zwischenbilanz ziehen. Und dann zum Schluss werde ich auf die Ukraine kommen, und bei der Ukraine geht es vor allem um zwei Fragen. Das sind die Kosten und Schäden des Kriegs, die sind natürlich enorm für das Land, weil der Krieg spielt sich ja hauptsächlich auf dem ukrainischen Territorium ab, also nicht auf dem russischen, zu 99 Prozent oder so. Und eben werde ich über die ukrainischen Flüchtlinge in Europa sprechen, weil das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, also der Zustrom der ukrainischen Flüchtlinge nach Europa, das ist überhaupt die größte Migrationswelle in Europa seit vielen Jahrzehnten. Und schließlich einen Ausblick, also was kann man von der Zukunft erwarten, und zwar aus wirtschaftlicher Sicht, was kann man für die russische Wirtschaft erwarten, was kann man für die ukrainische Wirtschaft erwarten. Natürlich, das hängt zum großen Teil vom geopolitischen Geschehen ab, vom militärischen Geschehen ab, aber das hat eben auch wirtschaftliche Auswirkungen. So, zunächst über Russland. Also am Anfang möchte ich so einen kurzen Rückblick geben in die vergangenen 30 Jahre, oder ein bisschen mehr als 30 Jahre, 32 Jahre. Wie hat sich die russische Wirtschaft entwickelt, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion? Also Sie wissen, die Sowjetunion ist im Jahre 91 zusammengebrochen, und aus 15 Teilen der Republiken der Sowjetunion wurden 15 unabhängige Staaten, und einer davon war eben Russland. Welche Phasen hat die russische Wirtschaft in dieser Zeit durchgemacht? Also ich würde sagen, es gab vier Phasen, oder ich würde zwischen vier Phasen unterscheiden, die ungefähr, also jede Phase hat circa 10 Jahre, also ein Jahrzehnt gedauert. Also die erste Phase, das waren die 90er Jahre, das war die sogenannte Transformationsrezession. Ja, das war eine sehr schwierige Zeit für Russland, also für viele Leute in Russland. Es ging nicht nur darum, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist, und damit sind natürlich auch sehr viele Verflechtungen, also wirtschaftliche Verflechtungen, die es zwischen den einzelnen Teilen der Republiken der Sowjetunion gegeben hat, die sind zusammengebrochen. Das war natürlich ein wesentlicher Schock, auch für die russische Wirtschaft und auch für die Wirtschaften einer anderen Teilen der Republiken. Aber auch, es gab auch einen zweiten Schock, das war die Transformation. Also das war eben der Übergang von der Planwirtschaft in der Sowjetunion zur Marktwirtschaft. Das heißt, diese zwei Schocks haben gleichzeitig stattgefunden, und das hat am Anfang zu einem enormen Einbruch. des Bruttoinlandsprodukts geführt, und das hatte natürlich auch Auswirkungen auf die russische Bevölkerung. So, die nächste Phase, also die zweite Phase, das war ein wirtschaftlicher Boom. Also praktisch die Jahre vor der großen Weltwirtschaftskrise das war. Das war wahrscheinlich die erfolgreichste Zeit, also wirtschaftlich gesehen, die Russland überhaupt je erlebt hat. Also es gab wirklich fast chinesische Wachstumsraten, also sehr hohe Wachstumsraten vom Bruttoinlandsprodukt, und es gab enorme Fortschritte beim Lebensniveau für die meisten Menschen, also für die meisten Leute in Russland. Dann die dritte Phase, ab ca. 2010, oder zwischen 2010 und 2021, das war mehr oder weniger eine Stagnation. Es gab Jahre mit dem wachstum, dann gab es Jahre mit Krisen, also ich werde darauf noch zurückkommen, aber im Schnitt kann man sagen, die Wirtschaft hat weitgehend stagniert, und viele reden eben über ein verlorenes Jahrzehnt für die russische Wirtschaft. Und schließlich seit 2022 gibt es praktisch, oder gab es eine Umstellung auf die Kriegswirtschaft. Natürlich, der Krieg hat ja nicht nur militärische Auswirkungen, hat natürlich auch enorme Auswirkungen auf die russische Wirtschaft. Das Land muss Waffen produzieren, es gibt große Aufträge vom Staat, und das kommt auch vielen anderen Branchen, vielen anderen Sektoren der russischen Wirtschaft zugute. Nun, was wichtig zu betonen ist, ist, dass Russland, also die Geschichte, die jüngste Geschichte Russlands, ist durch mehrere wirtschaftliche Krisen gekennzeichnet. Das ist ganz wichtig im Auge zu behalten. Also die Krise, die es letztes Jahr gegeben hat, es gab eine Krise, es gab einen Wipprückgang, vielleicht nicht so groß, wie man am Anfang erwartet hat, aber es gab einen Wipprückgang. Das war die sechste Krise, seit dem Zusammenhang mit Brot-Solien. Und hier auf dieser Folie sehen Sie die, also alle diese Krisen sind auch gelistet, mit dem entsprechenden Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in jeder Krise. Also am Anfang habe ich schon gesagt, das war die Transformationskrise, also von allen Krisen, die Russland durchgemacht hat, war das überhaupt mit Abstand die schlimmste. Und diese 14,5% Wipprückgang, das war nur im ersten Jahr der Transformation. Das war nur im Jahr 1992. Diese Rezession hat länger gedauert. Also das war nur der Anfang. Die zweite Krise, das war das Staatsbankrott. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, das war die Zeit, als die russische Regierung sehr viele Schulden aufgenommen hat, die sich im Endeffekt nicht bedienen konnten. Also da waren sehr hohe Zinssätze für die russischen Staatsanleihen. Und das hat zu einem Staatsbankrott geführt im Jahr 1998. Und dieses Staatsbankrott hatte Auswirkungen natürlich auf die Finanzstabilität, auf den Wechselkurs des russischen Robots und natürlich auch auf die Realwirtschaft. Das war die zweite Krise. Die war auch recht schlimm für die Russen. Dann kam die dritte Krise. Das war die globale Wirtschafts- und Finanzkrise. Also da stand Russland nicht alleine. Diese Krise haben praktisch alle erwischt oder die meisten Länder. Also vor allem in Europa auch. Das war die dritte Krise. Die vierte Krise war 2015. Das war vielleicht keine so große Krise, aber immerhin das war eine Krise. Das war ein Zusammenspiel von zwei Faktoren. Also die ersten Sanktionen, die ersten westlichen Sanktionen wurden bereits im Jahre 2014 eingeführt. Als Antwort auf die Annexion der Krim und auch die russische Unterstützung für die Separatisten im Donbass, also im Ost-Ukraine. Das war der eine Faktor, der zu dieser Krise beigetragen hat. Und der zweite Faktor, das war der Verfall, also ein abrupter Verfall der Ölpreise. Die Ölpreise, also der Ölpreis ist natürlich extrem wichtig für die russische Wirtschaft, weil Öl ist das wichtigste Exportgut nach wie vor. Die fünfte Krise, Covid, ganz klar, gab es auch überall. Und eben die Krise, die man letztes Jahr gesehen hat oder erlebt hat, das war die sechste Krise. Also das ist nur zu zeigen oder zu beleuchten, dass Russland ist an die Krisen geworden und die russische Bevölkerung ist an die Krisen geworden. Die Russen haben schon vieles durchgemacht und diese Krise, die letztes Jahr ausgebrochen ist, war erstens, weil nicht so tief und zweitens eben die Leute sind das gewohnt. Das muss man auch im Auge behalten, wenn man über die Widerstandsfähigkeit Russlands spricht. Nun komme ich zu den Sanktionen. Also auf dieser Folie sehen Sie die Anzahl der verhängten Sanktionen gegen die einzelnen Länder. Also ich habe vor kurzem diese Folie abgedatet und Sie sehen, momentan ist Russland mit Abstand, also das mit Abstand sanktionierteste Land der Welt. Also die Anzahl der Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, ist so circa 18.000 oder fast 18.000 Sanktionen. Das ist viel mehr als in anderen Ländern. Hier sehen Sie zum Beispiel Iran, Syrien, Nordrheinland, Karriere und so weiter. Das sind natürlich auch alle Länder, die unter vielen Sanktionen stehen. Das war nicht immer so. Sie sehen, vor dem Krieg, also vor dem 22. Februar 22, da sind diese dunklen, da sind diese dunklen roten Balken, war das nicht Russland, war das der Iran. Also die meisten Sanktionen wurden gegen den Iran verhängt, nicht gegen Russland. Es ist jetzt eben anders. Russland hat mittlerweile den Iran überholt. Aber wenn wir über die Sanktionen reden, dann muss man bedenken, dass ein Großteil dieser Sanktionen, also warum kommt man überhaupt auf so eine hohe Zahl, diese 18.000, das ist enorm. Ein Großteil von diesen Sanktionen, das sind persönliche Sanktionen. Also das sind Sanktionen gegen die einzelnen Personen, also die russischen Eliten, gegen die Politiker, gegen die Minister, die Abgeordneten, die Propagandisten, also Medienfiguren, Oligarchen und so weiter und so weiter. Also so kommt man auch auf diese sehr große Zahl, diese 18.000 oder so Sanktionen. Interessant ist noch zu beobachten, dass obwohl so viele Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, also mit der Zeit konnte man eine gewisse Abflachung beobachten. Das heißt, die meisten Sanktionen wurden am Anfang eingeführt, in den ersten Wochen beziehungsweise in den ersten Monaten, nachdem der Krieg ausgebrochen ist. Und da sehen Sie, also die Kurve, also die Anzahl der Verhängten, die Sanktionen verläuft sehr steil und wird dann mit der Zeit immer flach. Das heißt, mit der Zeit, also die neuen Sanktionen, die eingeführt wurden, die verhängt wurden, die wurden mit der Zeit dann immer weniger. Zum Teil fängt es natürlich auch damit zusammen, dass schon so viele Bereiche sanktioniert wurden. Es ist dann nicht mehr so leicht, einen Bereich zu finden, der noch nicht unter Sanktionen steht. Und manche Bereiche wurden auch nie sanktioniert, weil es war praktisch politisch nicht durchsetzbar. Zum Beispiel, man hat am Anfang noch geredet, man könnte vielleicht Sanktionen gegen den russischen Erdgassektor verhängen. Dazu ist es nicht gekommen. Ganz einfach deswegen, weil sehr viele Länder in Europa vom russischen Gas sehr stark abhängig sind. Und deswegen war das nicht machbar. So, das werde ich überspringen. Und hier möchte ich eben auf die einzelnen Sanktionen eingehen, beziehungsweise auf die einzelnen Kategorien von Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden und auf ihre Effektivität, auf ihre Wirksamkeit. Also was haben diese Sanktionen bereits gebracht, beziehungsweise was werden sie in der Zukunft bringen, was kann man erwarten. Nur, der erste Sanktionszug, das sind die Finanzsanktionen. Was versteht man unter Finanzsanktionen, beziehungsweise die Sanktionen wurden im Falle von Russland verhängt. So, das waren zum einen, das waren Verbote der Kreditvergabe. Also es wurde verboten, für die westlichen Banken Kredite an die russischen Banken zu vergeben, an die russischen staatlichen Unternehmen, an die russische Regierung. Das ist das eine. Und das zweite, mehrere wichtige oder mehrere große russische Banken wurden von SWIFT ausgeschlossen. SWIFT, das ist das internationale Zahlungssystem, das ist ein sehr wichtiges Zahlungssystem, ein Großteil der Finanztransaktionen der Welt werden über SWIFT, über die SWIFT abgewickelt und eben mehrere russische Banken wurden von SWIFT ausgeschlossen. Die Wirksamkeit dieser Finanzsanktionen war sehr gering. Warum? Ganz einfach, weil Russland war auf diese Sanktionen sehr gut vorbereitet. Also Russland hat seit Jahren, also Russland hat sich seit Jahren auf diesen Konflikt vorbereitet, nicht nur militärisch oder geopolitisch, auch wirtschaftlich, beziehungsweise wirtschaftspolitisch. Also seit Jahren zum Beispiel hat die russische Regierung, oder viele Jahre nacheinander, hat die russische Regierung Budgetüberschüsse erwirtschaftet. Das heißt, also Jahr für Jahr hat die Regierung weniger Geld ausgegeben, als sie Steuern bekommen haben. Und dadurch war das möglich, also durch diese Budgetüberschüsse, war das möglich, Schulden, öffentliche Schulden zurückzuzahlen und den Stand der öffentlichen Schulden auf ein sehr niedriges Niveau herabzudrücken. Also am Anfang, als der Krieg ausgebrochen ist, stand die russische öffentliche Verschuldung bei nur 15 Prozent des BIP. Das ist sehr, sehr wenig. Selbst verglichen mit anderen Schwellenländern, also in den Schwellenländern sind die öffentlichen Schulden normalerweise geringer, als zum Beispiel in entwickelten Ländern, als in den USA oder in den meisten westlichen Ländern. Ganz einfach, weil die Schwellenländer können sich nicht leisten, sehr große öffentliche Schulden zu haben. Aber eben selbst im Vergleich zu den anderen Schwellenländern war dieses Niveau sehr gering. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil dadurch gab es auch, gab es dann entsprechend mehr Widerstandsfähigkeit gegen den westlichen Druck. Also wenn die russische Regierung nicht auf Kreditaufnahmen angewiesen ist oder nicht angewiesen war, dann war natürlich auch die Wirkung dieser Finanzsanktionen entsprechend gering. So, der zweite Sanktionstyp, das waren die Sanktionen gegen die russischen Importe. Das waren ganz wichtige Sanktionen, die wurden gegen eine Reihe von Hightech-Gütern eingeführt, gegen die Halbleiter-Chips, gegen ein breites Spektrum an Maschinen und Ausrüftung, auch auf Luxusgütern. Das ist ganz, ganz wichtig und das war mit Absicht gemacht, weil die russische Rüstungsindustrie ist von vielen wichtigen Güten abhängig, die müssen importiert werden. Zum Beispiel die Halbleiter-Chips, die müssen eingeführt werden, die müssen importiert werden. Es gibt keine heilische Produktion in Russland für diese Halbleiter-Chips und eben man hat damit versucht, also durch diese Verbote zum Beispiel diese Halbleiter-Chips oder andere Hightech-Gütern nach Russland zu exportieren, hat man eben versucht, das Produktionspotenzial der russischen Rüstungsindustrie zu unterminieren. Was war die Wirksamkeit dieser Sanktionen? Potenziell könnte diese Wirksamkeit ganz groß sein. Ja, es ist zwar so, dass die meisten Güter ist Russland immer noch in der Lage einzuführen. Das heißt, es ist jetzt so, dass selbst wenn die westlichen Länder nicht mehr nach Russland direkt exportieren, ein Großteil der Güter bekommt Russland über die Drittländer. Was für Länder sind das? Das ist China, das ist Hongkong, die Türkei, Vereinigte Arabische Emiraten und mehrere Russland, zum Beispiel Kasachstan, Armenien und Georgien. Das sind die wichtigsten Drittländer, über die ein Großteil der russischen Importe in Hongkong abgewickelt wird. Es ist auch so, es wird eine Firma gegründet, zum Beispiel in der Türkei, in China. Diese Firma verkauft westliche Güter, vermeintlich für andere Zwecke, verkauft dann aber anschließend nach Russland. Das heißt, einen Großteil der Importe bekommt Russland auf diesem Weg über die Drittländer, aber eben nicht alle. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel, man redet über die Motoren für die Flugzeuge. Anscheinend funktioniert dieser Weg nicht so einfach bei den Motoren für die Flugzeuge. Und es gibt auch ein paar andere Beispiele. Das heißt, mit der Zeit kann es sein, dass diese Überschränkungen tatsächlich eine Rolle spielen und die könnten langfristig gesehen schon das russische Potenzial, also das wirtschaftliche Potenzial, schon etwas einschränken, aber eben nur langfristig. Und kurzfristig sind die Auswirkungen doch eher gering. Also der dritte Sanktionsstück, das sind Sanktionen gegen die russischen Exporte. Welche Exporte sind das? Das sind praktisch die wichtigsten Exportgüter Russlands. Zum Beispiel Erdöl, Kohle, Metalle, Holz, das sind die wichtigsten Exportgüter. Was waren die Auswirkungen von diesen Sanktionen? Die waren mäßig. Ich werde noch darauf zurückkommen. Am Anfang waren sie relativ bedeutend, aber mit der Zeit hat die Wirkung doch ziemlich nachgelassen. Und schließlich gab es auch Sanktionen gegen die russischen Unternehmen, gegen viele russische Unternehmen, staatliche Institutionen und auch gegen die einzelnen Persönlichkeiten. Vor allem geht es um die politische und wirtschaftliche Elite. Die Wirksamkeit dieser persönlichen Sanktionen ist eher gering. Zum Beispiel, wenn, ich weiß nicht, wenn zum Beispiel ein russischer Oligar seine Yacht oder seine Villa in Europa verliert, das hat natürlich sehr geringe Auswirkungen. Auch die russische Wirtschaft, das ist unangenehm für den Oligar, aber auch die Wirtschaft hat das nicht sehr geringe Auswirkungen. So, und nun komme ich zur wirtschaftlichen Entwicklung an sich. Also, wie entwickelt sich die russische Wirtschaft? Beziehungsweise, wie hat die russische Wirtschaft reagiert auf den Krieg und auf die verhängten Sanktionen? Nun, im linken Teil in dieser Folie sehen Sie, also diese Romben, ja, Sie sehen diese Romben, das zeigt die Entwicklung des BIP, also des Bruttoinlandsprodukts auch jahresbreitens. Ja, das heißt zum Beispiel hier sieht man zweites Quartal 2022 verglichen mit dem zweiten Quartal 2021. Und man sieht tatsächlich, im ersten Quartal 2022 ist die Wirtschaft, die russische Wirtschaft tatsächlich eingebrochen. Genauso im dritten Quartal, vierten Quartal und im ersten Quartal 2023 konnte man immer noch einen Rückgang, also BIP-Rückgang beobachten. Aber bereits im zweiten Quartal, also das ist dieser Rom hier, im zweiten Quartal von 2023 konnte man bereits eine Erholung sehen. Und diese Erholung sieht man auch in der Dynamik der Industrieproduktion. Also das ist diese orangen Linie, also die Sie hier sehen, also im rechten Teil dieser Folie in der rechten Grafik, das ist diese orangen Linie. Also das ist genau das Gleiche. Am Anfang gab es einen Einbruch und dann einen Aufschwung. Eine ähnliche Geschichte, vielleicht mit etwas weniger Schwankungen, aber ähnliche Geschichte bei der Beschäftigung. Das ist diese dunkelblaue Linie, die ich jetzt zeige. Also am Anfang wirklich hat das Beschäftigungswachstum stagniert, aber dann hat sich wieder beschleunigt. Und dadurch ist es auch gekommen, dass die Arbeitslosigkeit auf dem historisch niedrigsten Stand überhaupt in der jüngsten Geschichte Russlands gesunken ist. Also das ist diese gestrichelte graue Linie und die rechte Skala. Also momentan steht die Arbeitslosigkeit in Russland bei drei Prozent. Also noch nie war die Arbeitslosigkeit so niedrig in Russland. Gleichzeitig, was man sieht, man beobachtet auch einen großen Strukturwandel. Also natürlich, vor allem sind es die Rüstungsindustrie, die von der zeitigen Situation profitiert. Das ist ganz klar. Also Russland braucht Waffen, um den Krieg weiterzuführen. Und ich habe das schon erwähnt, das ist auch deswegen möglich, weil Russland nach wie vor die wichtigsten Inputs, also die wichtigsten Vorprodukte, die diese Rüstungsindustrie braucht, nach wie vor importieren kann. Trotz der Sanktionen. Und ich habe schon darüber erzählt. Aber es ist nicht nur die Rüstungsindustrie, die profitiert, die derzeit wohnt. Es ist auch zum Beispiel die Bauwirtschaft. Da geht es zum Beispiel um die Errichtung der Militärinfrastruktur im Süden, also in den Provinzen, die an die Ukraine grenzen. Oder eben auch um die Schaffung von Transport und Logistikinfrastruktur in Sibirien und im Fernen Osten. Warum? Das ist wichtig, um den Außenhandel Russlands von Europa Richtung Asien umzuleiten. Zum Beispiel die Exportpipeline nach China, also die Erdgaspipeline nach China muss gebaut werden. Ja, das sind natürlich die großen Kosten, die damit verbunden sind. Heimischer Tourismus, also Binnen-Tourismus, wohnt auch. Warum? Ganz einfach. Also Auslandsreisen sind viel schwieriger geworden. Vor allem ist es jetzt viel schwieriger für die Russen nach Europa zu reisen. Sie wissen wahrscheinlich, die Direktflüge zwischen russischen Städten und den europäischen Städten wurden praktisch sofort nach dem Anfang des Krieges gestrichen. Das heißt, es gibt keine Direktflüge mehr. Das bedeutet, man muss, also wenn ein Russer nach Europa reisen möchte, muss er oder sie praktisch über Istanbul fliegen oder die Arabischen Emirate oder über Belgrad. Das ist natürlich viel umständlicher, das dauert viel länger, das kostet viel mehr. Ich kann zum Beispiel aus meiner Erfahrung sagen, ich komme aus St. Petersburg und konnte und früher konnte ich immer wieder von Wien nach St. Petersburg für 200 Euro fliegen hin und zurück. Das hat circa zwei Stunden oder ein bisschen mehr als zwei Stunden gedauert. Jetzt ist es nicht mehr möglich. Jetzt, um nach Russland zu gelangen, muss man, wenn man zum Beispiel über Istanbul fliegt, dann dauert es bis zu acht Stunden, also nicht zwei Stunden, sondern acht Stunden und das kostet nicht mehr 200 Euro, sondern 1.000 Euro. Das ist natürlich ein sehr großer, ein sehr großer Unterschied und dazu kommt noch, dass es viel schwieriger für die Russen geworden ist, europäische Visa zu bekommen. Also das Visa-Regime gab es schon immer, aber nachdem der Krieg ausgebrochen ist, ist es viel schwieriger jetzt für die Russen, eine Visa in europäischen Ländern zu bekommen. Also davon profitiert natürlich dann der Heimisch-Turismus. Aber es gibt auch Sektoren, die durchaus gelitten haben und da möchte ich vor allem die Erdgas-Produktion, also den Erdgas-Sektor hervorheben. Das Problem ist hier, die russischen Gasexporte in Richtung Europa sind stark gesunken um sechsfache. Das ist natürlich ein enormer Rückgang und gleichzeitig ist es viel schwieriger, diese Erdgas-Exporte Richtung Asien umzuleiten. Das ist ganz einfach, weil es nicht genug Pipelines gibt. Also die meisten Pipelines, die historisch, die in den letzten Jahrzehnten gebaut wurden, die gehen Richtung Westen, die gehen Richtung Europa und die wichtigsten Erdgas-Felder, die in West-Sibirien sind, die sind mit asiatischen Märkten nicht verbunden. Und das ist momentan ein Problem für Russland. Und ein anderes Beispiel, die Automobilindustrie. Die hat am Anfang auch sehr stark gelitten. Die Automobilindustrie hat ein bisschen eine Besonderstellung in Russland, weil die war fast hauptsächlich in westlichen Händen, also in ausländischen Händen. Praktisch alle westlichen Marken waren vertreten. Die haben es für den heimischen Markt produziert, also für den russischen Markt produziert. Volkswagen und BMW und Renault und Japaner, die waren alle oder fast alle in Russland. Und die haben praktisch alle Russland verlassen. Und das hat natürlich, also dadurch hat die Automobilproduktion in Russland sehr stark gelitten. Mittlerweile erholt sie sich aufgrund dessen, dass chinesische Firmen eingestiegen sind beziehungsweise die Russen profitieren zunehmend vom chinesischen Engagement in der Automobilindustrie. So, ich habe schon gesagt, die Arbeitslosigkeit ist auf den historisch niedrigsten Stand zurückgegangen. Das sieht man auch am Arbeitsmarkt, also man sieht zunehmende Arbeitskräftemängel. Es sind nur zwei Indikatoren, die beispielsweise ausgewählt wurden, um diesen zunehmenden Arbeitskräftemangel zu zeigen. Warum ist das so? Da gibt es mehrere Gründe. Also der eine Grund, das ist der demografische Rückgang, ist nichts Neues, gab es schon viele Jahre, also seit vielen Jahren, niedrige Geburtenraten führen zu einer sinkenden Bevölkerung und vor allem zu einer sinkenden Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter. Da steht Russland nicht alleine, das gilt für viele Länder in Europa und besonders auch in Osteuropa. Aber es gab auch zwei Gründe, die mit dem Krieg zusammenhängen, die haben auch dazu beigetragen, warum die Bevölkerung, warum die Anzahl der Arbeitskräfte in Russland gesunken ist. Das ist die teilweise Mobilmachung, die im September 2022 von Präsenten in Putien angekündigt wurde und die Auswanderung. Also es gibt verschiedene Schätzungen, dass bis zu eine Million Russen seit dem Anfang des Krieges aus dem Land emigriert haben. Und das sind vor allem die hochgebildeten Leute, eher junge Leute, eher hochgebildete Leute aus urbanen Zentren, aus Großstädten und zum Beispiel der IT-Sektor hat davon schon geprägt, beziehungsweise es fehlen auch die Arbeitgeber in mehreren Sektoren. Das führt natürlich dazu, dass die Arbeitgeber gezwungen sind, Löhne anzuheben und das kommt dann im Endeffekt eigentlich dem privaten Verbrauch zugute, weil die Leute haben mehr Geld und sie geben das Geld auch aus und das fürchtet das Wirtschaftswachstum. So, das werde ich vielleicht überspringen. Also ich habe jetzt sehr viel über die Entwicklungen gesprochen und im Großen und Ganzen ist es ein recht positives Bild, was man wirtschaftlich über die derzeitige Entwicklung in Russland sagen kann. Also ich habe gesagt, es gibt einen Wiederaufschlung nach dem anfänglichen Rückgang, sowohl beim BIP als auch bei der Industrieproduktion, Beschäftigungswachstum, die Arbeitslosigkeit ist auch dem historisch niedrigsten Stand. Ja, Strukturwandel, aber es gibt auch relativ viele Sektoren, die von der derzeitigen Situation profitieren. Nun, wie ist es überhaupt mit den ganzen Sanktionen kompatibel, die gegen Russland verhängt wurden? Wo ist die Auswirkung dieser Sanktionen? Und da möchte ich ein Beispiel zeichnen für eine Sanktion, also Sanktion, die verhängt wurde, die durchaus Auswirkungen hatte, zumindest am Anfang. Und das sind die Energiesanktionen. Also Sie wissen wahrscheinlich, im Dezember 2020 hat die EU ein Import-Embargo für russisches Öl verhängt. Dieses Embargo wurde im Februar 223 auf Ölprodukte ausgeweitet. Und gleichzeitig wurde auch die Preis Obergrenze für russische Öllieferungen in Drittländern, zum Beispiel China oder Indien oder andere asiatische Länder eingeführt. Also man hat gesagt, also nur diejenigen Öllieferungen dürfen versichert werden. Also die Tanke können nur versichert werden, wenn der Ölpreis für russisches Öl nicht 60 Dollar pro Pass übersteigt. So und am Anfang hatten diese Sanktionen durchaus eine Wirkung. Also hier auf der linken Seite dieser Folie sehen Sie die Entwicklung der Preise. Also diese hell graue Kreise das ist das sind die Preise von Bremen also das ist westliches Öl das Öl das in der Nordsee gefördert wird Sie sehen es gab schon einen Rückgang Anfang des Jahres aber der Rückgang für das russische Öl das sind diese dunkelblaue Kreise war viel stärker und dadurch ist der Abstand also der Preisabstand zwischen Brand und dem russischen Öl ist gestiegen also am Anfang ist gestiegen das sieht man auch ganz deutlich im rechten Teil dieser Folie das ist eben dieser Discount also dieser Preisrabatt vom russischen Öl verglichen mit dem Brand also dem westlichen Öl also Sie sehen am Anfang war dieses Rabatt durchaus beträglich aber mit der Zeit also im Laufe der Zeit ist dieser Rabatt immer geringer geworden gibt es nach wie vor aber nicht mehr so stark wie am Anfang das heißt man kann sagen diese die Auswirkungen dieser Energiesanktionen sind im Laufe der Zeit oder haben im Laufe der Zeit deutlich nachgelassen warum ist das so das hängt zum Teil damit zusammen dass immer mehr Öllieferungen aus Russland nicht auf westliche Versicherer angewiesen sind also der Anteil der Öllieferungen die nicht auf die westliche Versicherer angewiesen sind diese gelben Balken ist im Laufe der Zeit gestiegen also sowohl bei Rohöl das ist diese Grafik auf der linken Seite als auch für die Ölprodukte das ist diese Grafik da sieht man auch eine ähnliche Entwicklung und dadurch eben haben die westlichen Politiker auch weniger Leverage sie können diese zum Beispiel diese Preisübergrenze von 60 Dollar pro Pass nicht wirklich umsetzen sie können das nur teilweise umsetzen weil eben ein Großteil der russischen Lieferungen nicht mehr über die westliche Versicherer abläuft aber was die Sanktionen erreicht haben das sieht man ganz deutlich das ist die Umorientierung des russischen Handels und hier also auf dieser Grafik sehen sie die russischen Exporte im Laufe der Zeit also diese Graue Linie oben das ist die Gesamtexporte und hier sind auch die wichtigsten Export Destinationen vertreten also dargestellt die EU also diese Orangene Linie China Indien und die Türkei das sind die wichtigsten also momentan sind die wichtigsten Export Destinationen Russlands und man sieht ganz deutlich was die ganze Zeit vor dem Krieg war die EU mit Abstand die wichtigste Export Destination für Russland und China war an zweiter Stelle und jetzt hat sich das umgedreht das heißt seit oder kurz nach dem Krieg ausgebrochen ist hat China die EU überholt also momentan ist China mit Abstand die wichtigste also die wichtigste Export Destination für Russland man sieht hier auch zum Beispiel das Tirole Indiens das ist diese hellblaue Linie oder auch die Türkei ist auch gestiegen im Laufe der Zeit angefangen von einem niedrigen Niveau vielleicht deswegen sieht man nicht so deutlich diese Steigung aber das ist auch wichtig in Indien zum Beispiel China und Indien die machen mehr als die Hälfte der russischen Ölexporte auf das heißt mehr als die Hälfte der russischen Ölexporte gehen momentan nach China und Indien und nicht in die EU früher und eine ähnliche Geschichte sieht man auch bei den Importen also genau das gleiche die graue Linie oben sind die Gesamtimporte und die vier wichtigsten Importquellen für Russland EU China Türkei und Kasachstan und eine sehr ähnliche Geschichte bis zum Krieg war das EU also die wichtigste Importquelle für Russland seit der Krieg ausgebrochen Nämlich ist es China also China am Anfang gab es schon einen gewissen Rückgang mit Importen aber die Importe aus China haben sich erholt und sie haben sogar zugenommen und die EU liegt mit Abstand weit zurück das heißt was diese Sanktionen wirklich erreicht haben das ist die Umorientierung und eine sehr schnelle Umorientierung sehr abrupte Umorientierung des Handels von Europa nach Asia besonders nach China aber nicht nur China So wie schaut es aus mit dem Rückzug der westlichen Firmen also ich habe gesagt und Sie wissen das wahrscheinlich eher aus Zeit und so weiter ganz am Anfang des Krieges haben sehr viele westliche Firmen gesagt wir werden Russland verlassen also wie steht es derzeit also haben sie implementiert oder nicht also das sind die Daten der Kiew School of Economics sie haben eine ganz gute Datenbank sie analysieren welche Firmen haben Russland verlassen komplett verlassen oder sie im Zuge von verlassen also haben vor zu verlassen oder nicht vor zu verlassen und hier sind so die 20 wichtigsten Länder also die also die als Investoren in Russland vertreten waren die wichtigen Länder die wichtigen Investoren in Russland und die sind rangiert nach dem Anteil der Firmen aus diesen Ländern die Russland verlassen haben also ganz unten sieht man zum Beispiel skandinavische Länder da ist der Abstand der Firmen die Russland bereits verlassen haben recht hoch also zum Beispiel bei Finnland sind schon über 30% das ist recht viel und ganz oben das sind die sogenannten freundlichen Länder also in der russischen Terminologie in der offiziellen Terminologie werden die Länder als freundlich bezeichnet die keine Sanktionen verhängt haben und natürlich auch die Firmen aus diesen Ländern die behalten sie auch dementsprechend sozusagen freundliche Gewinne bei Russland also praktisch keine Firmen aus der Türkei aus China oder aus Indien haben Russland verlassen im Weltdurchschnitt haben nur 8% also 8% der Firmen Russland bislang verlassen und Deutschland also hier hier sehen Sie Deutschland also der Anteil Deutschlands ist etwa so hoch ungefähr genauso hoch wie der Anteil für die ganze Welt also der Anteil Deutschlands entspricht in etwa dem Weltdurchschnitt so warum ist das so also ich habe gesagt also warum wollten die Firmen überhaupt Russland verlassen das sind vor allem natürlich Image Gründe viele Firmen haben gesagt ja das ist nicht gut für unsere Image wenn wir in Russland bleiben man darf keine Geschäfte mit dem Aggressolat machen das haben sehr viele Firmen gesagt so dann die Befürchtungen von Sekundär Sanktionen von den westlichen Regierungen natürlich es gab auch Befürchtungen wenn man weiter Geschäfte mit Russland macht dann kann man durchaus auch selber zu einem Ziel für die westlichen Sanktionen werden und die dritte Überlegung die Befürchtung von Verstaatlichung der eigenen Aktiever von der russischen Regierung und tatsächlich es gab solche Beispiele dass manche aktiever manche westlichen Firmen durchaus von der russischen Regierung verstaatet wurden zum Beispiel vom finnischen Unternehmen Fortum oder vom Karlsberg vom dänischen Karlsberg oder vom französischen Danone aber das muss man auch im Kontext sehen weil diese Nationalisierung diese Verstaatlichung der westlichen Aktiever von der russischen Regierung ist als Antwort auf das Einfrieren der russischen Aktiever im Westen zu sehen Sie wissen wahrscheinlich ziemlich bald nach dem Anten des Krieges wurden die Hälfte der russischen Währungsreserven vom Westen eingefroren von der westlichen Regierung eingefroren das waren circa 300 Milliarden Euro und in Russland wurde das natürlich zum Stand gesehen und deswegen gab es dann immer wieder Diskussionen in Russland dass man symmetrisch schräger man sollte haben die westlichen Aktiever also Aktiever der westlichen Firmen in dem Fall verstaatlichen und dazu ist es nur teilweise gekommen nicht nur teilweise bislang zumindest nun sind die westlichen Firmen in einer schwierigen Situation weil einerseits ist es die Frage ob viele von ihnen wirklich Russland verlassen wollen das ist nicht so offensichtlich weil viele von denen machen gute Geschäfte und machen gute Profite in Russland zum Beispiel die Reichweisenbank das ist ein sehr gutes Beispiel das ist momentan die größte ausländische Bank in Russland und überhaupt eine der größten Banken Top 10 Bank in Russland die Reichweisen die österreichische Reichweisenbank super Profite in Russland und es ist zwar momentan nicht möglich diese Profite zurück nach Österreich zu überweisen aber diese Profite also diese gewinnen sie akkommodieren sich in Russland das ist das zweite selbst wenn die Firmen Russland verlassen wollen ist es gar nicht so einfach die russische die russische Gesetzgebung momentan verwarnt dass wenn eine westliche Firma sich aus Russland zurück zu ihren will dann muss sie ihre aktive ganz billig verkaufen also mindestens mit einem 50%igen Preis abschlag darüber hinaus gibt es eine Exit Tax also eine Steuer eine 10%ige Steuer die ins russische Budget überwiesen werden muss und es gibt Diskussionen dass diese Steuer auf 15% angekommen wird und schließlich gibt es zwei Sektoren wo der Ausstieg westlichen Firmen nahezu unmöglich ist das ist der Bankensektor und der Energiesektor also damit eine westliche Firma aus diesen Sektoren in Russland aussteigen kann bedarf es einer expliziten Zustimmung einem expliziten okay von Präsidenten Putin das wird dann noch schwieriger um schwieriger aus als aus anderen Sektoren zurückzusehen nun was kann man sagen also in welche Richtung überhaupt entwickeln sich die russische Wirtschaft beziehungsweise was kann man von der Zukunft erfahren also ich habe schon gesagt also ja momentan das wir beobachten das ist eine gravierende Entkoppelung von Verflechtungen zwischen Russland und dem Westen vor allem zwischen Russland und Europa die im Laufe der letzten 30 Jahren entstanden sind also sehr lange Zeit war das russische Mainstream also die russische Politik und auch die Wirtschaftspolitik war darauf gerichtet sich verstärkt mit Europa auch wirtschaftlich zu integrieren bis zuletzt eigentlich gab es diese Bestrebungen und jetzt kommt es zu einer abrupten Entkoppelung aufgrund der geopolitischen Entwicklung und auch aufgrund der Sanktionen die gegen Russland verhängt wurden ich habe gesagt also Russland ist zwar nach wie vor in der Lage die meisten westlichen Güter zu importieren aber eben nicht alle und es gibt auch Fälle wo es nicht möglich ist die heimische Produktion von diesen Güten funktioniert nicht sehr gut aus verschiedenen Gründen China kommt oft sozusagen zur Rettung diese Güter werden dann aus China importiert die Frage ist ob wirklich chinesische Produkte 100% oder eine 100% Alternative bieten können das ist eine offene Frage das wird man in der Zeit sehen können die Auswanderung die ich erwähnt habe das ist natürlich ein Problem für Ostern das ist ein Problem weil es sind vor allem hochqualifizierte Leute und junge Leute die das Land verlassen haben und das ist natürlich nicht gut für die wirtschaftlichen Aussichten und dadurch gibt es gewisse Risiken von Primitivisierung der Wirtschaft aber diese Risiken die kann man langfristig sehen wahrscheinlich wenn überhaupt nicht kurzfristig und deswegen kann man sagen dass wahrscheinlich selbst wenn die Sanktionen gegen Russen verhängt wurden selbst wenn sie eine Wirkung zeigen dann zeigen sie diese Wirkung dann sieht man diese Wirkung erst in langer Christ und wahrscheinlich so lange wird der Krieg nicht Das heißt da gibt ein gewisses Mismich So das werde ich vielleicht unterspringen Ich habe versprochen noch einiges über die Ukraine zu sagen wie steht es mit der ukrainischen Wirtschaft naja natürlich die Ukraine das ist das Land wo der Krieg eigentlich stattfindet also die militärischen Auseinandersetzungen die finden auf dem ukrainischen Territorium statt das zeigt sich natürlich auch in der Anzahl der Todesopfer und der Zahl der Verletzten es gibt verschiedene Schätzungen es gibt bestätigte Fälle also diese knapp unter 10.000 Todesfälle unter der Zivilbevölkerung und circa 17.000 Verletzten sind bestätigte Zahlen und das ist das Minimum es gibt auch Schätzungen zum Beispiel von dieser Aklet das ist eine Institution das steht für Armed Conflict Location Event Data Project sie haben geschätzt dass wahrscheinlich die Anzahl Todesopfer liegt über 50.000 also das ist natürlich eine traurige Bilanz wirtschaftlich also wiederum eine ähnliche Grafik die ich bereits für Russland gezeigt habe auf der rechten Seite sehen Sie die Entwicklung des BIP also wiederum auf Jahrespreis diese Rumpen also die Entwicklung von BIP am Anfang ein enormer Luggar also Sie sehen zum Beispiel im zweiten Quartal 22 da ist das BIP um fast 40% eingebrochen das ist natürlich enorm im zweiten Quartal 23 gab es einen gewissen Aufschwung also angefangen ausgehend von einer sehr niedrigen Basis aber Sie sehen Aufschwung war nur 20% nachdem die Wirtschaft umfasst 40% zurückgegangen ist das heißt es ist eine Erholung aber nur ein teilweise Erholung und nach wie vor ist die ukrainische Wirtschaft oder das ukrainische BIP liegt nach wie vor weit unter dem Niveau vor dem Krieg aber man muss auch bedenken dass ein Teil von diesem Rückgang also vom Rückgang vom Bruttoinlandsprodukt der Ukraine ist darauf zurückzuführen dass die Ukraine doch ähnliche Gebiete an Russland de facto verloren hat das heißt die Teile von Donetsk Lugansk Paris und Kherson sind die vier Gebiete die letztes Jahr an Russland annexiert wurden die sind natürlich für die Ukraine verloren und auch für die ukrainische Statistik diese also das der Verlust dieser Gebiete erklärt zum Teil warum das ukrainische BIP so stark zurückgegangen ist so natürlich ist die Ukraine in dieser Situation auf starke Hilfe durch den Westen angewiesen und es ist wenig verwunderlich die wichtigsten Donners für die Ukraine sind momentan die EU und die USA das ist ganz klar also in dieser Graphic in dieser Folie sehen sie die Unterstützung die finanzielle Unterstützung seitens ausgewählter Länder für die Ukraine es gibt auch eine Unterteilung je nach Zweck der Unterstützung sie sehen zum Beispiel die EU also im Fall in der EU geht es vor allem um die finanzielle Unterstützung also im Wesentlichen geht es um die es geht darum dass die EU hilft der ukrainischen Regierung Budgetdefizite zu decken die ukrainische Regierung hat natürlich enorme Budgetdefizite aufgrund dessen dass die Wirtschaftsverstand eingebrochen ist und diese Defizite müssen irgendwie gedeckt werden die ukrainische Regierung hat natürlich keinen Zugang zum Kapitalmarkt zu privaten Kapitalmarkt und dadurch ist auch die offizielle Unterstützung aus dem Ausland angewiesen im Falle der USA ist es vor allem militärische Unterstützung also ein Großteil der Unterstützung im Unterschied zur EU aber man muss auch im Auge behalten dass ein Großteil dieser Unterstützung die durch den West an die Ukraine fließt das sind Bally das sind keine Grants also seitens der EU das sind in erster Linie Kredite das sind zwar billige Kredite die mit einem niedrigen Zinsatz und auch mit einer sehr langen Frist das heißt diese Kredite muss die ukrainische Regierung erst oder viele von den ersten 20 oder 30 Jahren zurückzahlen aber eben das sind Kredite keine Geschenke so ja und zur Frage der ukrainischen Flüchtlinge natürlich ich habe schon gesagt diese Welle der Auswanderung aus der Ukraine das ist überhaupt die größte Migrationswelle in Europa seit ich glaube seit dem zweiten Weltkrieg überhaupt momentan gibt es im Ausland circa sechs Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine es war schon mal mehr viele Leute sind zurückgekommen momentan sind es etwa sechs Millionen und darüber hinaus gibt es mehr als fünf Millionen Binnenvertriebene also das heißt das sind die Leute die aus dem Osten aus dem Süden der Ukraine aus den Gegenden wo die Genfer stattfinden die sind in sichere oder relativ sichere Orte geflüchtet eben in den Westen oder Richtung Kiew es sind auch sehr viele Leute die auch innerhalb der Ukraine migriert haben in Europa sind das vor allem drei die meisten ukrainische Flüchtlinge genommen haben mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge die sind in Russland Deutschland und Polen diese drei Länder die haben circa einen also jedes von diesen drei Ländern hat circa eine Million oder sogar mehr ukrainische Flüchtlinge genommen sind und ja hier sehen sie die liste von 15 europäischen Ländern die sind rangiert bei der Anzahl der europäischen Flüchtlinge das ist der momentane Stand es war wie gesagt es war schon mal mehr viele ukrainische Flüchtlinge sind mittlerweile zurückgekommen weil es doch nicht so einfach aus nach Fuß zu fassen aus vielen Gründen aus sprach Gründen usw. was kann man von der zukunft erwarten im falle der ukraine naja es ist so natürlich wie wir die ukraine ausschauen in der zukunft oder wie wir die ukrainische wirtschaft ausschauen natürlich das hängt vor den militärischen Entwicklungen ab ich glaube es ist sehr wahrscheinlich dass die ukraine geteilt sein wird das heißt diese gebiete die vier gebiete die russland letztes jahr annexiert hat also die ukrainischen provinzen Lugansk Paris und Kherson dass sie unter russischer Kontrolle bleiben in welchen Grenzen kann man natürlich nicht sagen das kann niemand sagen das hängt davon nach wie der Krieg läuft aber ich glaube es ist unwahrscheinlich dass die ukraine diese gebiete zurück bekommt das wäre extrem unwahrscheinlich und das bedeutet die ukraine wird geteilt bleiben der westliche teil wird zunehmend in die europäischen strukturen integriert also sie wissen wahrscheinlich die ukraine hat bereits einen status als eu beitrittskandidat bekommen im juni zusammen oder gleichzeitig mit mondowa das ist ein gutes signal für die ukraine wenn wir uns zum beispiel die wirtschaftliche entwicklung in den osteuropäischen ländern anschauen die in den letzten jahrzehnten der eu beigetreten sind die belcher grad länder rumpenien und bulgarien sie haben durchaus vom eu beitritt profitiert wenn es die ukraine schafft der eu beizutreten dann würde ich auch durchaus positive effekte sehen die ukraine bietet auch viele vorteile im prinzip für die möglichen investoren für die europäischen investoren billige arbeitskraft hoch ausgebildete arbeitskraft räumliche nähe also schon durchaus die vorteile die auch viele osteuropäischen länder andere osteuropäischen länder bieten nur natürlich im falle der ukraine ist die große frage sicherheit ja wie also ich weiß nicht wie viele investoren werden wirklich bereit sein in die ukraine zu investieren beziehungsweise in die teile zu investieren die in die gebiete zu investieren die potenziell vom russischen einmarsch bedroht sind das ist eben die große frage das heißt diese militärische dimension sicherheitspolitische dimension muss geklärt werden das ist ganz ganz wichtig und beide teile sowohl der westliche teile unter westlicher kontrolle kontrolle beider teile brauchen sehr viel sehr viel sehr viel sehr viel geld für den wiederaufbau natürlich im falle der westlichen ukraine wird es im endeffekt vom westen finanziert wahrscheinlich im falle der annexierten gebiete also die gebiete die an russland gegangen sind darum dass die russische regierung diesen wiederaufbau finanzieren muss aber auf beiden seiten ist der bedarf an diesem wiederaufbau natürlich enorm so ich glaube das war das von meiner seite ich glaube ich habe schon zu lange gesprochen also wenn Sie Fragen haben dann bin gerne bereit Fragen zu beantworten und ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit Dankeschön Vielen Dank für deinen Vortrag Vassili ich müssten jetzt also hat für mich viele neue Aspekte enthalten bin gespannt welche Fragen wir bekommen so diejenigen die Fragen stellen wollen die müssen im internet slido.com eingeben und dann Hashtag 2327 547 also slido.com oder slido geschrieben slido.com dann Hashtag 2327 547 Dann warten wir mal ab welche Fragen auf uns zukommen ich habe mal eine Frage und zwar warum wandern die 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 russen aus ist das dass sie mit dem regime von von Putin nicht einverstanden sind oder haben sie einfach angst dass sie eingezogen werden und dann im Krieg ums Leben kommen weiß man das warum die Leute gehen oder ja also das sind mehrere Gründe es gab zwei Wellen der Auswand die erste Welle war gleich nach dem Anfang des Krieges das waren die Leute die Leute die politischen Regime Russen nicht einverstanden sind sie haben gesehen auch diese zunehmende Autokratisierung also diese zunehmende die diktatoriale Tendenzen in Russland die haben das Land verlassen und die zweite Welle das war ganz klar zu beobachten die zweite Welle war im September Oktober 22 nachdem die Teilmobilmachung angekündigt wurde damals ich glaube es war am 21 September 22 da hat Präsident Putin eine Teilweise Mobilmachung angekündigt also bis zu 300.000 Menschen in die Armee um in der Ukraine zu kämpfen und das hat natürlich auch einen Anstoß gegeben dass manche also vor allem junge Männer und vor allem aus den Großstädten ja sie sind dann ausgewandert also ein Großteil dieser Auswanderung ging nicht in die EU also nicht nach Europa ging in die Länder die einen Visafreis Regime für die Russen für die russische Staatsbürger sind die anderen Russländer also speziell Kasachstan Armenien Georgien die haben viele russische Einwanderer bekommen Israel und Serbien also das sind alle Länder wo die Russen ohne Visum einreisen können in die EU ist es viel schwieriger ja also es war schon immer nicht so leicht zum Tag nicht so leicht ein Visum zu bekommen für manche zumindest und mit als der Krieg ausgebrochen ist es noch schwieriger geworden ich habe schon gesagt das habe schon erwähnt aber selbst die EU Länder haben einen Anstieg der Einwanderung aus Russland verbucht das heißt die Anzahl der Aufenthalts Titel also der ersten Aufenthalts Titel die an die russischen Bürger vergeben wurden ist deutlich ist die 22 verglichen mit Jahren davor also auch in der EU sieht man ein bisschen diese Einwanderungswelle aus Russland und viele Experten sagen das ist überhaupt die größte die größte Welle ethnischen russischen Ausländerung in den letzten 100 Jahren ja es gab ja ok vielleicht habe ich jetzt kommen jede ich habe noch eine andere Frage gehabt aber jetzt kommen jede Menge Fragen rein dann gehen wir glaube ich mal da rein die erste Frage ist wie stark wird die Ukraine nach dem Krieg verschuldet sein werden sie je ihre Schulden zurückzahlen können oder verarmen sie dabei völlig naja das ist eine gute Frage ich gehe davon aus ich glaube im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen dass ein Teil dieser Schulden gestrichen wird weil ich glaube nicht dass alle diese Schulden wirklich bedient werden können natürlich das hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung also wenn die ukrainische Wirtschaft boomt ja theoretisch ist es vorstellbar dann ist es natürlich auch möglich oder wird es unter Umständen möglich sein die Schulden zurückzahlen aber das hängt natürlich von wirtschaftlichen Entwicklung nach und da gibt es sehr viele Sicherheiten also auch diese Unsicherheiten auch diese Unsicherheiten habe ich bereits eingehalten okay dann gehen wir mal davon aus das hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab und wenn sie halt schlecht ist werden wir wahrscheinlich ein paar Schulden streichen müssen jetzt springen die Sachen ein bisschen hin und her wie sehen sie die zukünftige wirtschaftliche Rolle der Ukraine in der EU ein kleines China neben Europa laut Le Monde Diplomatique das ist wahrscheinlich gemeint das ist der berühmte wie hieß das immer also der Ort wo man halt billige Arbeitskräfte hat die für uns die Sachen zusammenschrauben die wir nicht selber zusammenschrauben ich glaube ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen wie es sein könnte also natürlich wenn man diese Frage beantworten möchte dann muss man schauen wie hat sich die Wirtschaft in den anderen osteuropäischen Ländern entwickelt sobald sie diese Aussicht auf die EU beitritt bekommen haben und sobald sie der EU beigetreten sind und ich habe diese Länder bereits erwähnt das sind die Nachbarländer der Ukraine das ist Polen das ist Ungarn Rumänien und so weiter ich habe schon gesagt sie haben sehr viel davon profitiert also vom EU Beitritt sie waren und sie sind auch die sozusagen die Weltbank für viele westliche Firmen ja auch das gilt für Rumänien das gilt für Ungarn so das gilt für alle Tschechien insbesondere was die Autoindustrie betrifft es gibt eine sehr starke Spezialisierung auf die Autoproduktion in vor allem Tschechien und Sowakei aber auch in Ungarn also es ist kein Zufall warum die Autos dort produziert werden weil diese Länder nach wie vor relativ billige Arbeitskraft theoretisch ja theoretisch ist es auch denkbar dass die Ukraine diese Erfolge replizieren kann aber ich habe schon gesagt das hängt sehr stark mit den sicherheitspolitischen Risiken zusammen also die Frage von dem Herrn Zimmermann die geht glaube ich ein bisschen in Richtung Sicherheit beziehungsweise Waffen wie groß schätzen die Wahrscheinlichkeit dass die amerikanischen Hilfen wegbrechen also die amerikanischen Hilfen bestehen ja wenn ich ihre oder deine Grafik richtig gesehen habe ja im Wesentlichen aus Waffen Lieferungen ja ich glaube also wenn ich die ukrainische Regierung wäre würde ich vor allem darauf schauen wer die nächsten Wahlen gewinnt also momentan wenn man den Umfragen glaubt dann kann es durchaus sein dass der Donald Trump die nächsten Wahlen gewinnt und wenn das wirklich passiert dann kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen dass die Unterstützung dass die US-amerikanische Unterstützung für die Ukraine sinken wird und auch die militärische Unterstützung und das ist natürlich und das wird ein großes Problem für die Ukraine sein okay die nächste Frage das wäre mal von dem Herrn Schulz das wäre wirklich mal eine Frage mit der wir uns bei den Freiburger Diskursen beschäftigen sollte also Herr Schulz schreibt zur Aussage Ost-EU-Staaten hätten von der EU profitiert Professor Flassberg hält den EU Beitritt von Bulgarien und Rumänien eher für eine Katastrophe Ich Ich finde das ein zweites Thema die Frage zu stellen was wäre aus Rumänien und Bulgarien ist das kann natürlich nur hypothetisch sein wenn sie eben nicht in der EU wären was würde das für die Länder bedeuten Ja alles hat Nachteile ja ich nehme an ich weiß nicht genau was ich kenne Professor Flassberg aber ich weiß nicht genau was er gemeint hat ich nehme an er hat gemeint es gab sehr große Auswanderung aus diesen Ländern Richtung EU also jetzt ist tatsächlich so dass diese Länder und nicht nur diese Länder aber auch die anderen aber insbesondere diese Zeit sie haben nicht viele Leute verloren wenn so viele Leute Richtung Westeuropa gegangen sind vielleicht hat er das gemacht ja darüber kann man streiten das hat Vor- und Nachteile es ist natürlich ist es so dass wenn die Leute auswandern da ist auch weniger Produktionspotenzial im Land übrig aber man darf auch nicht Leute die in den Westen auswandern dort arbeiten und die private Überweisungen zurück in die Heime tätigen das kommt auch der heimischen Wirtschaft zugute also ich wäre nicht so katholisch wie Professor Flansberg also ich denke das ist auch ein ganz anderes Thema aber das habe ich schon immer mal auf dem Zettel gehabt dass man sich dieser Frage mal widmet dazu müsste man die richtigen Leute finden die damit beschäftigt haben so jetzt Herr Dr. Ganthert welchen Anteil hat der Diebstahl von ukrainischen industriellen und landwirtschaftlichen Gütern durch Russland an der momentan ökonomischen Situation in Russland ich verstehe die Frage so dass Herr Ganthert meint dass Russland in irgendeiner Weise von diesem bestellten Diebstahl profitiert ich weiß da nichts näheres ja das ist natürlich eine schwierige frage weil da braucht man gute Daten um diese Frage zu beantworten und das wird keine gute Daten zu beantworten ja natürlich dieses also in den russischen medien wird dieses Thema nicht wirklich thematisiert aber ich würde nur sagen dass diese also vom gefühl hätte ich sagen dass dieser Diebstahl spielt makroökonomisch gesehen keine so große Rolle für Russland weil Russland ist ja viel größer als die Ukraine und viel größer auch als die besetzten Gebiete die jetzt an Russland von Russland annexiert wurden das heißt diese größeren Unterschiede die darf man nicht unterschätzen und wenn wir sagen der russischen Wirtschaft geht ist vergleichsweise gut es hängt vor allem damit zusammen dass eben dieser Strukturwandel also dieser Neuausrichtung auf die Militärproduktion auf die Rüstungsindustrie sind qualitativ zusammen also ich würde ich würde diese Frage von diesem die industrielle und landwirtschaftliche Götung nicht überwärtschen okay danke jetzt nächste Frage kann man also sagen dass durch die Sanktion die Wirtschaft der EU am meisten geschädigt wurde spannende Frage ja das ist eine gute Frage und hier ist das das problem es ist jetzt schwierig also woran hat die europäische Wirtschaft gelitten also das größte problem das waren diese direkten effekte das waren die gestiegenen preise für Lebensmittel und für die Energie und diesen anstiegenden preisen für Lebensmittel und Energie hat man gleich nach dem Anfang des Krieges gesehen also noch bevor die Sanktionen eingeführt wurden natürlich da wurden schon einige Sanktionen in Aussicht gestellt aber manche wurden eben erst einige Monate später eingeführt zum Beispiel dieses EU Import im Warker für Schuss Öl wurde bereits im Frühling 2022 in Aussicht gestellt der ist aber erst im Dezember zustande gekommen dieser Anstieg dieser Preisen von Lebensmitteln und Energie das war praktisch die wichtigste Transmissionskanal auf die europäische Wirtschaft weil dadurch ist die Inflation gestiegen und dadurch sind die Realeinkommen gesunken auch in Ländern wie Deutschland oder Österreich inwieweit also das hängt teilweise mit Mentionen zusammen teilweise eben auch mit dem Krieg selber das heißt schon alleine durch den Krieg sind die Unsicherheiten gestiegen und die Lebensmittelung werden geteuer geworden das heißt es ist so ein bisschen schwierig zu einzuordnen was wirklich auf die Sanktionen zurückzuführen ist und was auch dem Krieg selber ist aber ja natürlich ist es eine legitime Frage ob Wemde Sanktionen mehr geschadet haben und ich glaube auch es ist durchaus verständlich dass Europa mehr Konzentrationen geliehen hat als Russland selber zumindest bislang danke dann eine Frage was wären Sanktionen die Russland signifikant treffen würden ja das ist ich glaube es gibt keine solche das Problem ist das Problem ist okay man schafft immer oder man hat früher immer geschaut ob die Länder die früher pensioniert wurden auch Iran auch Südafrika ja ich glaube das sind vor allem die zwei Beispiele hat man immer mit Russland verglichen weil das sind doch große Volkswirtschaften und im Falle von Südafrika entwickelte Volkswirtschaften aber selbst die zwei Länder die sind immer noch viel geringer also die Größe ihrer Wirtschaften ist viel geringer als von Russland also die russische das russische BIP als der Krieg ausgebrochen ist Russland hatte das sechstgrößte also die sechstgrößte Wirtschaft der Welt und und so und so wirtschaft zu sanzionieren ist natürlich viel schwieriger als Nordkorea oder Syrien und Venezuela das ist eine ganz andere Dimension und dazu und dazu kommt noch natürlich das ist ganz ganz wichtig zu erwähnen die Tatsache dass die Entwicklungsländer und die Schwellenländer sie haben den westlichen Sanktionen nicht angeschlossen also wenn zum Beispiel China theoretisch China oder Indien den westlichen Sanktionen gegen Russland sich angeschlossen hätten dann wäre es natürlich eine ganz andere Geschichte aber so kann Russland zum großen Teil auf mehr Handelsverfleckungen beteiligt zurückgreifen also ich sehe nicht wirklich ich sehe nicht viele Optionen für den West okay danke dann jetzt noch wo war die Frage zu Gasprom welchen Effekt hätten Sanktionen auf die Gasprom Bank welche Gründe liegen darin dass diese Bank bisher größtenteils verschont geblieben ist naja also ich habe das schon angedeutet das sind die Gas Exporte also die Gas Exporte Russlands die werden die Gas Bank abgewickelt und wenn man Gas Bank Sanktionieren würde dann würde man die Erdgas Lieferung nach Europa gefährden und das ist natürlich für viele Länder in Europa ist das natürlich ein Problem weil sehr viele Länder sind nach wie vor stark von russischen Gas abhängig das heißt das war politisch nicht durchsetzbar Gas Bank oder die russischen Erdgas zu sanktionieren politische Stabilität davon ab wie der Krieg aus russischer Sicht verläuft also wenn der Krieg aus russischer Sicht schlecht verläuft dann gibt es durchaus Risiken einer Destabilisierung und für Präsidenten für den Putin und für die russische politische Elite ist es extrem wichtig im Krieg nicht das Gesicht zu verlieren also wir haben gesehen zum Beispiel dieser versuchte Putsch von Trigorschen hat natürlich sehr viel damit zu tun dass doch ziemlich breite Bevölkerungsschichten und vor allem auch Teile des Militärs und der Geheimdienste mit dem Kriegsverlauf unzufrieden waren aber das bedeutet auch dass selbst wenn es zu einem politischen Wechsel kommt dann glaube ich gibt es auch eine sehr große Gefahr dass noch extremer noch nationalistische nationalistische Kräfte an die an die Macht in der Russland kommen also für sie ist der Putin zu weich zu schwach also sie glauben dass man muss einen härter aber momentan glaube ich also dieser versuchten Putsch von Trigorschen das ist Geschichte das ist jetzt vorbei es gibt jetzt nicht viele Spuren die davon geblieben sind also momentan schauzeigen die rechtstätigen auf ok dann die nächste frage die natürlich alle die hier zuhören und die mit der modern monetary theory vertraut sind verstehe den hintergrund dieser frage ich würde jetzt gerne nicht darauf eingehen sonst haben wir eine lange diskussion über währung souveränität aber das ist in der tat ein wichtiger punkt und du hattest auch erwähnt dass russland irgendwann mal sich als pleite erklärt hat aber die zentralbank hätte ja dem staat das geld zur verfügung stellen können aber das würde uns jetzt in eine diskussion rein führen das wird glaube ich zu kompliziert an dieser stelle ja ich glaube ich kann das ganz kurz beantworten ja momentan ist die situation so dass die russische zentralbank das nicht braucht also ganz einfach die budget defizite sind so gering also die regierung kann das problemlos zum einen aus fiskalischen reserven finanzieren und zum anderen kann die regierung immer noch gelder von den händischen banken aus das heißt momentan das ist überhaupt kein thema und das ist überhaupt kein ja das kommt nicht okay danke man dürfe sich nicht aus energie so zurück ziehen aber die bsf joint venture mit gas prom hat sich ganz zurückgezogen sagt sie wie war das möglich ich kann da jetzt gar nichts zu sagen kann die frage vor lesen ich weiß nicht da bin ich nicht sicher ob der bas wirklich eine es kann sein dass ich habe das jetzt nicht im kopf aber ich vermute dass das war möglich noch bevor dieser erlass verabschiedet wurde der verbietet aus dem energie sektor sich zurückzuziehen also ich glaube das das ist das erste die erste möglichkeit und die zweite möglichkeit es gibt auch oder es gab fälle wo Putin das auch erlaubt hat zum beispiel er hat erlaubt dem shell die aktie in russland zu verkaufen und sich zurückzuziehen und er hat auch zum beispiel der in besser bank also die italienischen besser bank das sind nur beispiele das heißt im prinzip ist es möglich es bedarf nur eine zustimmung von gut ok danke dann jetzt eine frage von den schulz laut umfragen wollen nur die wenigsten in der eu aufgen ukrainer zurück in ihr land wieso auch bei der schon vor 2022 vorliegenden deindustrialisierung und entschuldigung was ist die frage jetzt ich glaube das ist eher ein statement als eine frage das kann man ok kann man eigentlich so stehen lassen die frage zielt darauf ab war es nicht so dass es der ukraine schon vor dem krieg schlecht ging dass schon vor dem krieg eine deindustrialisierung statt gefunden hat also ich habe ja auch mal gehört dass die beziehungen zwischen eu und der ukraine nicht immer gut für die ukraine waren weil es wäre für die ukraine zum teil besser gewesen wenn sie eine gute wirtschaftsbeziehung zu russland hätte ganz einfach deswegen weil die ukraine produkte produzieren die russland verkaufen können während die in deutschland nicht jeder haben will in europa ich habe ich habe sehr viele jahre über die ukraine geachtet vor 2019 da war die ukraine sogar mein land und ich habe immer kommentiert dass eigentlich wäre es das beste gewesen wenn die ukraine sowohl mit dem westen als auch mit russland kooperieren das wäre eigentlich dieses dilemma war zum teil auch künstlich entweder russland oder die eu das war natürlich durch diese geopolitische rivalität verursacht zwischen zwischen dem westen und russland aber theoretisch wäre wenn es wirklich möglich gewesen wäre dieses freundliche geopolitische klima aufrecht zu erhalten dann wäre es auch möglich und das hätte der ukrainische bischof sehr gut getan es ist tatsächlich so dass wenn wir uns die letzten jahrzehnte anschauen dann war die wirtschaftliche entwicklung der ukraine im großen und ganzen katastrophal haben sie recht das ukraine selbst vor dem krieg war das ukrainische biet weit vom niveau von 1990 entfernt das heißt durch diese durch den zerfall der sowjetunion und durch die transformation hat die ukraine enorm geliebt hat die ukrainische wirtschaft enorm geliebt und die ukraine wurde zum ernsten land europas ja es gibt viele gründe dafür aber ein grund ist eben ein geopolitischer grund ja weil die ukraine wurde diese rivalität zwischen europa und russland ausgesetzt und viele teile also viele handelsverpflichtungen mit russland sind verloren gegangen und die wurden nicht vollkommen und nicht hundertprozentig durch neu entstandene verpflichtungen mit europa selbst gemacht das war eine große gönne für die ukraine okay dann jetzt haben wir noch drei fragen dann haben wir es glaube ich besteht das risiko einer überhitzung der russischen wirtschaft mit anschließender galoppierender inflation und de facto kaufkraftverlust also die russischen das ist das was die zentralbank die russische zentralbank immer wieder wieder also die russische wirtschaft befindet sich in einer überhitzung momentan die inflation ist stark angestiegen und die russische zentralbank wir müssen so ein bisschen die geldpolitik verschärfen sie haben jetzt den zinsatz massiv angehoben um eben diese inflation im griff zu haben nur der kaufkraftverlust stimmt nicht weil trotz der relativ hohen inflation gibt es reale lohnwachstum und reales wachstum der verfügbaren einkommen das heißt es ist momentan eine situation wo es trotz inflation durchaus auch wirtschafts gibt und auch steigende bücher das ist natürlich ganz wichtig inflation wird ja dann zum problem wenn bestimmte bevölkerungsschichten davon betroffen sind und real einkommensverlust haben ok danke dann ich nehme an dass sich das auf die ukraine bezieht gibt es bereits zufällige daten voraussichtliche auswirkungen des bereits oft verlautbarten verkaufs großer landwirtschaftlicher und sonstiger nutzflächen ich vermute dass es darum geht dass an westliche investoren ukrainische flächenverkauft worden sind ja da bin ich ein bisschen überfordert weil das ist doch ein spezifisches thema aber ja ich glaube das ist im wesentlichen läuft darauf hinaus inwieweit überhaupt die die ukraine davon profitieren kann also westliche investitionen anzuziehen und das ist auch ein beispiel für westliche investitionen verkauft man verschaffliche flächen und so weiter im endeffekt hängt das damit zusammen ich glaube das hängt von sicherheitspolitischen situation zusammen also wenn große teile der ukraine nachdem vorgefährdet sind durch den krieg durch den möglichen russischen einmarsch durch die ausweitung der gebiete die von russland kontrolliert werden dann wird das auch schwierig ja das wird auch die landwirtschaft betreffen das kann man nicht unterschätzen okay dann kommen immer wieder weiß nicht ob das russisch oder ukrainisch ist keine ahnung was das heißt jetzt kommen immer wieder noch neue fragen rein also jetzt noch wahrscheinlich schwierig kann man jetzt schon abschätzen welches gesamtwirtschaftliche vermögen vernichtet worden ist durch den krieg also in der ukraine nehme ich an es gab eine schätzung ich habe eine schätzung im ruling gesehen von der weltbank von der weltbank die weltbank hat geschätzt die kriegsschäden also infrastrukturschäden in der ukraine liegen bei circa 400 milliarden dollar das wäre das doppelte bieb ja also also das war die schätzung vom flügel also seitdem sind ja ist sicher der krieg weiter gegangen so jetzt haben wir noch zwei fragen wie sich die ukraine erholen kann ich weiß nicht ob sie dazu was sagen wollen das ist natürlich naja das ist ja ich glaube ich habe diese frage schon irgendwie in einer form oder anderen form schon ich glaube einige Fragen sind noch nicht weg klicken frau eichelburg marcus dann die nächste frage weiß ich ob sie dazu was sagen wollen wie kann die ukraine sich erholen angesichts der störung der dezimierung das ist eine große frage ja naja das ist schwierig sagen wir so ja das ist schwierig ich denke okay herr schulz weiß noch mal darauf hin dass es einen zusammenhang gibt zwischen ökonomie und auswanderung wenn in rumänien das medizinische personal großzäglich auswandert das ist sicherlich richtig auch ein problem für die ökonomie dann eine frage ist es richtig dass renten und soziale unterstützungen kinderreiche geringverdiener in rf ich nehme mal das russland mit gemeint indexiert angehoben werden ja das stimmt okay wir nehmen noch eine große frage zum schluss eine frage zur gesamtwirtschaft der sowjetunion hätte es wirtschaftlich sozial allgemein mehr sinn gemacht die sowjetunion beizubehalten das ist ihr schlusswort das ist das ist super frage also ich bin in der sowjetunion aufgewachsen ich war 17 als die sowjetunion zusammengebrochen ist ich habe gesehen wie die sowjetische wirtschaft funktioniert hat ja auch gesehen davon dass die sowjetunion auch meine diktatur und so weiter aber die wirtschaft also die wirtschaft hat leider muss man sagen es hat nicht wirklich funktioniert also dass die sowjetunion zusammengebrochen ist oder beziehungsweise dass die planwirtschaft zusammengebrochen ist ich persönlich ich bereue das nicht also das jetzige russland also das system das es momentan gibt in russland das ist im prinzip ein marktwirtschaft und in manchen dimensionen hat russland momentan sogar noch mehr marktwirtschaft als die europäischen länder zum beispiel es gibt weniger sozialstaat es gibt flexible arbeitsplätze und so weiter also ist das im prinzip eine marktwirtschaft und die funktioniert eigentlich ganz gut und die tatsache dass die russische wirtschaft sich so gut den westlichen sanktionen angepasst hat ist auch zum großen fall darauf zurückzuführen dass es eine marktwirtschaft ist das ist also nicht unterschätzen also die sowjetische wirtschaft also die planwirtschaft glaube ich hätte nichts dieser anpassungsflexibilität mit jetzigen russischen wirtschaft ja also eher wirtschaftlich aber ja eh nicht mehr der zusammenbruch nach 1999 und wenn ich das richtig nach 1992 richtig verstehe ist Putin deswegen auch heute noch in russland so angesehen weil er halt mit diesem boom der 99 bis 2008 eingetreten ist in verbindung gebracht wird ja 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 okay ich denke wir hören jetzt auf an dieser stelle es gab noch einige fragen und auch aber jetzt doch seid recht fortgeschritten also was ich danke dir für deinen vortrag ich fand das sehr interessant es gab einblicke in das eine oder andere das wir vielleicht hier nicht so wissen und schauen wir mal wie die ganze Geschichte weitergeht kann ja nur hoffen dass man sich irgendwann mal an den Tisch setzt und auch sich über Friedensverhandlungen Gedanken macht und sich nicht gegenseitig beschimpft wie das hier auch wieder passiert ist und ich danke dir vielleicht der der Markus wird uns beiden gleich nochmal eine Einladung schicken dass wir nochmal kurz zurückgucken dass wir uns drei Minuten nochmal kurz zusammentreffen wir drei ja ja ok also ich wünsche genau jetzt kommt noch das Schlusswort wir haben erst wieder am 16.1. eine Veranstaltung die heißt Beziehungskrise Stand und Perspektiven des deutsch-französischen Verhältnisses das wird eine Veranstaltung in Freiburg sein wir werden sie aber auch ins Netz übertragen Peter Wahl ist ein ausgezeichneter Kenner Frankreichs und er wird über diese Beziehung reden das wird abends sein und am Vormittag des gleichen Tages wird dann das deutsch-französische Gymnasium gehen und mit Schülern und Schülerinnen über eben dieses Verhältnis diskutieren haben haben wir noch was noch mal den Hinweis dass wir dass sie gerne für uns Werbung machen am besten hilft immer der persönliche Kontakt YouTube Kanal kann man abonnieren Links zu unserer Veranstaltung weiterverleiten einfach die Werbetrümmel berühren so und wir freuen uns über das was ich schon am Anfang erwähnt habe nämlich Spenden unser Konto der Volksbank finden Sie auf unserer Website das Paypal Konto finden Sie dort auch ich wünsche allen einen schönen Abend noch und kann jetzt auch schon den meisten von Ihnen auch noch schöne Weihnachten wünschen bis nächstes Jahr tschüss